Es gibt einen Schüler in unserer Schule, der nie in Schwierigkeiten gerät. Egal was Jackson tut, er kommt immer ungeschoren davon. Das College ist sein Reich. Niemand kämpft gegen ihn. Die Schüler können nichts tun, aber die Lehrer vielleicht schon. Nur die Mutigsten versuchen, seinem Vater etwas zu sagen. Ja, das ist richtig. Es hat keinen Sinn, seinen Vater anzurufen, um mit dem Direktor zu reden, denn er ist der Direktor. Und in letzter Zeit hat er viel zu tun. Es ist ein harter Job. Und wenn man einen Sohn hat, der Ärger macht, kann es unmöglich sein, alles unter einen Weg zu bringen. Also fährt er in den Urlaub und lässt seinen Sohn in der Zwischenzeit die Arbeit übernehmen. Das scheint eine schlechte Idee zu sein, aber Jackson muss lernen, Verantwortung zu übernehmen, indem er den Job des Vaters übernimmt. Das wird ihm eine Lehre. Der Sohn des Schuldirektors bekommt eine Sonderbehandlung. Aber seit er Rektor ist, wurde er sogar noch besonderer. Er bekam diesen Job und wurde allmächtig. Die ganze Welt ist ein Spielzeug. Er kann alles. Er ist so mächtig, dass er die Erde mit einem Finger drehen kann. Er hat keine Ahnung, welche Folgen sein Handeln haben. Es scheint alles so lustig zu sein. Gut, dass der Lehrer hier war, um den Planeten durch einen Ball zu ersetzen. Das hat den Tag gerettet. Jetzt kümmert sich Jackson darum, den Lehrplan der Schule zu ändern. Zuerst ändert er die Schachregeln. Schach ist so langweilig. Aber er hat es spannend gemacht. Jetzt sieht es aus wie ein Turnier, aber mit Lehrern anstelle von Rittern. Seht sie euch an. Wer wird wohl gewinnen? Das sieht lustig aus. Der Sohn des Rektors zu sein ist cool und so, aber der Schulleiter zu sein ist noch besser. Du musst die Regeln nicht befolgen. Du kannst sie machen. Rektoren haben nie schlechte Ideen. Alle ihre Ideen sind gut. Der Unterricht ist zu langweilig? Dann mach eine Pause und entspann dich. Sicher nicht jeder ist einverstanden. Aber Carolines Rebellion ist machtlos gegen Jackson. Man kann nicht mit der Person streiten. Die Person, die alles kontrolliert. Caroline hat nicht die geringste Chance. Eine der neun Regeln des Rektors dreht sich ums Essen. Kein gesundes Essen mehr. Nur noch Molekularküche. Am Anfang waren alle begeistert. Aber die wachsenden Burger sind viel zu nahhaft. Und die Schüler schlafen in der Cafeteria. Caroline traut ihren Augen nicht. Das ist ja furchtbar. Es sieht aus wie ein Albtraum auf dem Bauernhof. Molek hat Jackson eine Lösung für das Problem. Er hat die Stundenzahl des Sportunterrichts erhöht. Jackson ist der Rockstar unserer Schule. Und als Rektor gibt er ein Konzert über die Gegensprechanlage. Jetzt klingen alle Durchsagen super cool. Das ist eine gute Entscheidung. Denn jetzt ist es unmöglich, die Durchsagen zu ignorieren. Aber jeder ist heutzutage ein Kritiker. Caroline ist überhaupt nicht glücklich. Und sie würde alles tun, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Sie wäre aus diesem Chaos wieder in die richtige Schule. Aber Caroline hat sich noch nicht an alles gewöhnt. Ihr kleiner Sieg verwandelt sich schnell in einen Misserfolg. Und obwohl sie versucht, es besser zu machen, machte sie es noch schlimmer. Jetzt ist die Musik noch lauter. Und die Lehrerin kann dem Rhythmus nicht widerstehen. Sorry. Die letzte Oase des Friedens, die Caroline hatte, war Kunstunterricht. Aber Jackson hat es ruiniert. Alle lieben den neuen Lehrer, der gerade herabgestiegen ist wie ein griechischer Gott. Aber Caroline kämpft weiter. Sie wird Jackson dort treffen, wo es wehtut. Aber sie hat nie gemerkt, dass es ihn nicht zerstören würde. Es würde ihn nur wütend machen. Die Talentshow ist Carolines Chance, zu glänzen. Sie gewinnt seit Jahren. Ihr Tanz ist unvergleichlich. Aber dieses Jahr ist ihr Titel in Gefahr. Jackson ist hier, um zu gewinnen. Es ist nicht genug, dass er Schulleiter ist. Er will auch all der talentierteste Schüler sein. Hier passiert die Magie. Wir reden hier natürlich von Taschenspielertricks. Er hat einen Weltrekord aufgestellt. Und jetzt ist er nicht nur der talentierteste Schüler der Schule, sondern auch der Weltmeister. Er hat mehr Punkte als Caroline in all den Jahren zusammen. Wow. Auch wenn Jackson der Schulleiter ist, muss er immer noch Prüfungen machen. Caroline hat ihm immer geholfen. Aber soll sie ihm jetzt helfen? Was meint ihr dazu? Ja oder nein? Er war in letzter Zeit so gemein. Und warum sollte Caroline ihm helfen, wenn er sowieso bekommt, was er will? Wenn Caroline es nicht auf die nette Art tut, wird Jackson es auf die harte Tour machen. Der Direktor ist immer glaubwürdiger. Niemand geht jemals in dieses Klassenzimmer. Früher war es gemütlich und niedlich. Damals, als es noch ein Labor war. Aber die neue Verwaltung ändert alles. Jetzt wird Carolines Labor durch eine Turnhalle ersetzt. Ein privater Fitnessraum für den Direktor. Jackson muss trainieren. Muskeln statt Hirn. Nach dem Schütteln dreht sich Carolines Hirn. Sport ist eine ernste Angelegenheit. Das Labor war der letzte Strohhalm für Caroline. Sie muss in die Offensive gehen und zeigen, dass die neuen Regeln des Direktors eine Diktatur sind. Ich fordere dich heraus. Wie kann man jemanden verletzen, der besessen ist? Lass ihn schlecht aussehen. Aber was tust du, wenn er am Ende doch besser aussieht? Wie kannst du jemanden schlagen, der unschlagbar ist? Das geht eine Spur zu weit. Was machen wir jetzt? Carolines Aktionen sind aufgefallen. Und jetzt verbannt Jackson die Nerds. Keine dicken Brillen mehr. Nur Sonnenbrillen. Jackson weiß eigentlich gar nicht, dass Brillen nicht nur für die Mode sind, sondern auch für die Sehkraft. Ach, zu spät. Caroline hat keine Ahnung, mit wem sie redet. Dieses neue Trainingsprogramm ist keine Überraschung, seitdem eine Sportratte Direktor geworden ist. Er will, dass alle so aussehen wie er. Und er muss ein Vorbild sein. Das will er anstreben. Wie meine Fotos. Und trainiert eure Fingermuskeln. Schwache Finger gehören nicht in die Social Media. Wenn ihr zu langsam scrollt, fliegt ihr raus. Studieren ist anstrengend. Nach Jackson's Meinung. Besser will er die Klassenzimmer mit wie immer machen. Couches und Chips werden den Stimmungscheck bestehen. Jetzt wird der Unterricht produktiv. Es ist einfacher, an so einem Ort zu lernen. Als Jackson zu dem Wasserbrunnen kommt, merkt er, dass normales Wasser zu langsammig für die Uni ist. Denken braucht so viel Energie und Gehirne brauchen Nahrung. Zucker kann dabei helfen. Viel Zucker ist vielleicht schlecht für dich, aber wenigstens gibt es Energie. Und die Schüler sind glücklich. Bis die Mägen anfangen zu schmerzen. Wenn da nicht Caroline wäre, die einzige Person, die versucht, den Direktor aufzuhalten, hätte das College vielleicht ganz geschlossen. Aber Carolines Kampf ist noch nicht vorbei. Ihre Misserfolge haben sie nicht aufgehalten. Sie muss dem Rektor eine Lektion erteilen, indem sie ihm mit der eigenen Strategie einen Streich spielt. Was bei einer Person funktioniert, könnte bei jemand anderem nicht funktionieren. Caroline hat wieder verloren. Wie immer. Jetzt werden auch ihre Noten schlechter. Sie kann nicht mithalten mit all den Veränderungen an der Schule. Nur noch Jungs mit Muskeln auf Muskeln, die eine Eins bekommen. Ihr Racheplan ist total gescheitert. Das ist traurig. Caroline versagt einfach immer. Die Einsätze werden höher. In der Halle mit den Postern der besten Schüler fehlt das Foto von Caroline. Jackson brachte Spaß und Unfug in die ruhige, langweilige Schule. Caroline ist wütend. Jetzt ist Jackson der König des Campos. Der Job des Rektors ist wirklich hart. Jackson muss immer was tun. Er wurde sogar müde und wollte eine Pause. Jackson hat nicht viel gelernt, aber er hat gesehen, dass es nicht immer Spaß macht, hier Rektor zu sein. Und dass es schwer sein kann, mit so viel Verantwortung umzugehen. Und was sich herumspricht, kommt auch wieder zurück. Das College wird immer chaotischer. Aber jetzt kann Jackson Caroline verstehen. Und sobald sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, fliegen die Funken. Und vielleicht hätten sie für immer glücklich gelebt. Aber jemand hat da was zu erklären. Caroline war früher sehr beliebt. Aber seit ihr Augenlicht schlechter geworden ist, hat sich alles verändert. Sie braucht jetzt eine Brille. Und sie sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Wie ein Paralleluniversum, in dem die Flätze getauscht wurden. Sogar der Stilber Nick scheint ein wenig verrissen. Wer hätte gedacht, dass eine Brille ein Weltbild beeinflusst? Das College hat sich an Caroline erinnert. Und jetzt ist es weg. Alles ist ungewohnt. Außer Jackson. Sogar die Lehrer haben sich total verändert. Der neue Lehrer ist so groß, dass er ein Erdbeben verursacht, wenn er geht. Ein Sportprofessor. Ist das zu fassen? Caroline hat wirklich das Gefühl, als wäre sie in einem Paralleluniversum. Der Typ ist riesig. Und er ist stark, dass er alles kaputt macht, was er anfasst. Dieser große Kerl könnte Jackson einen Strich durch die Rechnung machen. Aber Jackson wird nicht schnell aufgeben. Er glaubt, niemand sei stärker als er. Aber da irrt er sich. Der neue Lehrer denkt, Jackson ist nicht so stark wie ein kleines Kind. Aber der Wurf beeindruckt ihn. Er hat ihm sogar die Hand geschüttelt. Jetzt wird Jackson die volle Kraft des neuen Lehrers. Und jetzt merkt er, dass er wirklich nicht mehr der Stärkste hier ist. Jackson ist der Drittstärkste. Der Zweitstärkste ist Herr Kevins Finger. Herr Kevin ist nicht wie die anderen Lehrer. Seht euch nur seine Tests an. Keine Sorge, ihr müsst nichts schreiben. In Herr Kevins Welt gibt es nur zwei Noten. Bestanden oder nicht bestanden. Er wählt den Test im Voraus aus, aber man bekommt seine Note, indem man das bekämpft. Aber es ist nicht ganz fair und gerecht. Denn Mr. Kevin ist immer noch der stärkste Typ auf dem Campus. Caroline hat nicht die geringste Chance. Jackson hat bereits versorgt. Wir brauchen eine andere Strategie. Köpfchen, keine Muskeln. Oder ist es für uns? Jackson und Mr. Kevin werden zu echten Rivalen. Sie lassen ihre Muskeln spielen. Jackson gibt mit dem teuren Parfüm an. Seht euch nur die Flasche an. Caroline kann nur riechen, wie es teuer sein Parfüm ist. Sehr teuer. Wahnsinnig teuer. Herauszufinden, wer cool ist, ist eine erste Angelegenheit. Und alles ist wichtig. Sogar dein Spießkraftverteidigungssystem. Bis vor kurzem hatte Jackson die beste Verteidigung. Aber die Schließfächer der anderen Schüler sind nur in einem schlechten Zustand. Caroline spinnt plötzlich nicht mehr schließen. Außer mit Gewalt. Also muss Jackson ihr helfen. Normalerweise fallen die Schränke um, wenn er fühlt. Aber jetzt, wo Mr. Kevin hier ist, müssen wir uns darüber keine Sorgen machen. Apropos Spinde. Jackson war immer der Beste. Aber Mr. Kevin ist hier, um das zu ändern. Er kann es kaum erwarten, vor Jackson zu prahlen. Und er hat wirklich eine Menge zu zeigen. In seinem Spind befindet sich ein ganzer Palast. Ja genau, sieh dir das an. Eine Garderobe, Videospiele, ein riesiger Fernseher. Das ist doch verrückt. Wie hat es da reingefasst? Warte, da ist noch mehr. Das ist nicht sein einziger Spind. Er hat einen zweiten. Wenn du ihn durchsuchst, kannst du sehen, warum Caroline's in so schlechtem Zustand ist. Wenn große Jungs wie Jackson und Kevin ständig deinen Spind durchfühlen, ist es kein Wunder, dass er sich nicht öffnen lässt. Seitdem sie ihre Beliebtheit verloren hat, ist ihr Leben viel härter geworden. Es ist schon schlimm genug, dass dieses College voll von Schrocklern ist. Sie Proteinriegel essen. Die sind alle so reich. Mit Essen zu spielen ist für sie normal. Und alles, was Caroline tun kann, ist sich damit abzufinden. Niemand nimmt sie wahr. Es sei denn, ihre Größe kommt ihr gelegen. Wenn jemand etwas von einem Ort holen muss, an dem die Sportskanonen nicht hineinpassen, holen sie sich Caroline und vergessen den Rest. Es ist schwer, unsichtbar zu sein. Kein Wunder, dass sie sauer ist. Irgendwas ist komisch an dieser Brille. Nimm sie einfach ab. Und dann verändert sich die Welt. Nein, nicht wegen ihrer schlechten Sehkraft. Die Welt verändert sich hochstädlich. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann besuch unseren Kanal für mehr. Bis zum nächsten Mal bei Troom Troom Trick.